Hallo und herzlich willkommen zurück, will ich hoffen, denn das würde bedeuten, ihr habt letztes Mal zugesehen, wie der Wolfram fast verhungert ist. Bin ich fast verhungert? Das sind die Drüsen. Ja, du und deine Drüsen. Ähm, ja, was machen wir heute? Oh, Kinsey, 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 wo bist du? Kinsey! Was ist denn? Komm, mit in den Keller. Okay, ja, der Harvester arbeitet nämlich anscheinend. Du hättest von mir vielleicht gesehen, dass der Harvester einen Error hat. Er geht komplett rum, du hättest auch einfach von der anderen Seite reinkommen können. Aber da sind doch, da sind doch, da sind doch Scheiben, dachte ich. Äh, nein, von der anderen Seite in den McDonalds hättest du kommen können. Ach ja. Wir müssen noch Covers drauf. Oh, funktioniert es? Warte, jetzt, guck drauf, guck drauf. Yeah. So toll. Ist fertig, jetzt können wir auch kräften damit oder was? Also wir müssen jetzt Kisten ran, oder? Ne, Kisten sind nicht. Siehst du da das kleine Ding mit dem schönen Punkt? Das ME-Drive hast du entwickelt. Ja, das ist gut. Aber da musst du ja noch ME-Chests reinpacken. Nein. Also eine Chest. Nein. Wie viel hält denn ein Drive? Äh, keine Ahnung. Ein Slot, ein Ding. Probieren wir es aus. Wo ist der Crafting Terminal? Ist da. Da kann ich auch, da habe ich auch Zugriff auf den Drive. Die anderen haben Besuch. Den Drive, ja. Ja, da gehen halt 1024 Bytes drauf. Also 1K. Das waren jetzt 16K. Ja, das waren 63 Dirt. Ja gut, geht doch. Ja, mach's noch ein paar mehr. Was? Ja, komm, alles kriegen wir da nicht rein. Der Weihnachts. Ja, das ist ja auch noch nicht komplett fertig. Das ist jetzt nur mal einsatzbereit. Aber ich finde es toll, was du da gemacht hast. Ganz toll finde ich das. Wunderbar. Die anderen haben Besuch, aber von jemandem, der brummt und was auf dem Rücken hat. Komm, wir gehen mal gucken. Von TomCraft. Die haben Besuch von so einem, wie heißt es denn? So ein Wisp. Nee, nee. Denk ich. Es wird brummen und hätte eine Kisse auf dem Rücken. Nee, gibt es nicht. Ach, die haben so einen, wie heißen die? Ich komme nicht drauf. So einen kleinen. So einen fiesen. Sag mal, die sollen den hauen. Wer macht ihn fertig? Eventuell. Nee, das ist, ich weiß nicht, ob die Imps heißen. Ich kann sein, das kann sein. Gut sein. Also du kommst gar nicht, bin ich, gehe alleine rüber. Ja, okay. Ja, ich komme mit, aber ich habe gerade Hunger. Deswegen ist er so langsam. Und es ruckelt. Und es ruckelt. Also bei mir ist das Hungerproblem auf jeden Fall jetzt behoben. Ich habe seit Anfang der Folge, was jetzt drei Minuten sind, einen halben Hungerball verloren. Und vorher habe ich da schon quasi fünf Hungerball verloren. Einen noch. Scheuer. So, jetzt kann ich auch wieder rennen. Ah ja, rennen kann ich auch, genau. Ganz vergessen. Ich glaube, ich töte ihn. Ich habe ja Tokis Revenge. Gibt es die immer noch? Was sagen die wohl, wenn ich ihn töte? Wo ist denn der? Der wird wahrscheinlich wieder auf ihrer Plattform rumlaufen. Okay, der sieht komisch aus. Also der Mittelbereich ist echt schön geworden. Den müssten wir dann noch weiter tunen. Hey, der war eh nachzumal. Oh, der sieht böse aus. Der ist auch nur nett, wenn man ihm ein paar Diamantblöcke zuwirft. Ach, die sind das. Ja. Nicht hauen. Lol. Was will der? Brummt nur rum. Brummt nur rum. Habe ich nur Dias dabei? Da kannst du den mitnehmen, ne? Kannst du den, glaube ich, mitnehmen. Der läuft dir, glaube ich, hinterher. Ja, der Schneckball ist schon ein Diamant am holen. Gucken, ob der jetzt da drauf reagiert. Ja, der reagiert auf alles, was auf dem Boden liegt. Ah, da hat's einen. Dann haben sie also hier einen Taumcraft-Wald. Weil der spawnt nur einen Taumcraft-Wald. Ja, aber wo ist denn hier überhaupt ein Wald? Äh. Ja, äh. Kann ich nicht. Also. Komm ich dir mal in den Sand hin. Bitteschön. Hier komm ich mach mit. Ja, der kommt nicht hier durch. Komm, wir geben uns ein goldenes Lasso-Craften und holen den jetzt. Achso, ich will den Fub gar nicht haben. Na gut, lass wir das. Dann viel Spaß. Jetzt war Brainiac schneller. Oh, Eisen. Ah, Mist. Bier. Oh, na gut, okay. Mach ich weiter mit meinem Kram. Gehen wir nochmal zurück. Soll ich mal fies sein? Nein. Ja, doch. Doch, soll ich mal ein Stück Glas wegnehmen? Nein. Ich hab gedacht, du wolltest was schreiben. Ey. Wenn dann richtig. Oh, ich sehe unseren Blut-Altar schon von hier. Blutig. Übrigens, sorry, dass ich in den letzten zwei Folgen keine Musik hatte. Ich hab's irgendwie einfach verrafft. Ich weiß auch nicht, warum meine Musik gerade nicht weiterläuft. Ich glaube, ich muss mal kurz Pause drücken. Pause. Aber nicht die Aufnahme pausieren. Ja, das hatte ich aber gerade eben schon. Du hast die Aufnahme pausiert. Ach nee. Ja, das auch. Nein, den Sound. Den Sound? Das Musik. Sound-o. Oh, da hat er Ratte. Die Ratte fällt gerade hoch. Ja, die Ratte fällt gerade hoch. Ich glaube, die hat wieder Angst vor ihrer Schwester. Ja, eine böse Schwester. Eine böse Zwillingsschwester? Nee, Zwillinge sind sie nicht gerade. Eine ist gelb und die andere Husky. Eine Krate, die so groß ist wie ein Husky. Eieieieiei, womit füttern die die denn? Ey, weißt du was? Dein Hungerproblem ist, glaube ich, auf mich umgestiegen. Quatsch. Du bist gerade so viel gelaufen. Ja, klar. Stimmt. Ich habe heute auch meinen Hungerbalken halb ungefähr geleert. So, was brauche ich denn jetzt? Dieses Terminal kommt jetzt mit nach oben. Joink. Na, kommst du her? Batz. Joink, Batz, Buf. Oh, hier so eine hässliche Wand. Zack. Es funktioniert, oder? Er sollte eigentlich... Nee, da müsste doch eigentlich was... Hast du den Dirt unten wieder rausgeholt? Wo? Aus dem Lagersystem? Ja. Ah, okay. Na gut, dann ist es... Ja, es ist leer. Gut, dann kann es auch nichts anzeigen. Hihii. Break. Ey. Was ist denn los mit dir, Harvester? Der funktioniert nur sporadisch. Dervt mich. Machen wir erstmal einen schönen Storage da rein. Dervt mich extrem. So, ich mache jetzt alles weg. Was ist das? Ja, ja. Jetzt kommt die Halleluja-Musik. Geh weg. Oh, Mann. Oh, Mann. Das wusste ich, dass es kommt. Was machen wir denn für ein Storage? Also, die... Ein bisschen groß. Machen wir weiter. Hier wächst Crops. Da wächst auch Crops. Aber war das... Oh, willst du mich verarschen? Ey, was braucht man denn dafür alles? Wieder voll mit Sludge. Die Drum ist leer mit Sludge. Gut, ähm, vielleicht muss ich den Harvester einmal nur... Neu hinstellen. Vielleicht geht es dann, ja. Ich brauche noch viel, viel mehr Silikon. Ist in der Arbeit. Hier sind noch ein paar Rubber-Trees. Die müsstest du dann mal kurz manuell abbrachen. Rubber-Rubber-Rubber-Rubber. Wenn du keine Angst hast, kann ich dir... Angst. Wenn du keine Axt hast, kann ich dir meine leihen. Ne, ne. Aber wenn du lieber meinen Hammer willst, kann ich dir auch meinen Hammer leihen. Ne, ne. Schon alles gut. Kommt gerade nichts an bei dir. Er ist im Arsch. Was? Wie? Ja. Hm? Wer ist im Arsch? Oh, ein Server laggt auch extrem. Alter Schwede. Ach so. Die haben den eingesperrt, die gemein. Ich verstehe dich kaum. Jetzt wieder. Okay. Jetzt verstehe ich dich wieder. Die haben den eingesperrt, die gemein. Oh, sind die fiese. Aber echt? Ja, wenn die Pech haben, kommt bald die Zauberer-Version davon. Und dann... Will der den mal streien? Ja. Na, okay. So. Ich habe schon wieder Klassik. Jetzt lasse ich die Klassiker ran. Zack. Kinsy. Was ist gut? Au. Oh. Kann ja gar nicht runterfallen. Weshalb habe ich denn Angst? Was ist hier los? Also, das wundert mich doch sehr, was hier geschieht. So, das ist, weil der jetzt neu gesetzt wurde. Kein Strom hatte. Okay? Dum 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 dum. Rums rums bom bums. Falls nicht. Ich krall es nicht. Ich mache mal den alten Plan weiter. Mein alten... Beeson Tree? Oder was ist dein alter Plan? Mein alter Plan mit der Sludge-Kiste hier. Mit dem ganzen Harvester-Gedöns. Äh, Gold, Gold, Gold. Vier Stück. Ja, drei Stück. Sollten wir lang. Okay, das kriege ich doch hin. Lieber eine hundertprozentige Wasserfall. Weg, da läuft's hin, Dennis. So, Silikon haben wir. Gold brauche ich dann vier. So, Schluss mit dem Schnee-Leben. Runter dann mit dem Wasser. Hehe, Döde-Leben. Ja, klar, ich kriege ein Leck, wenn ich ins Wasser springe. Warum leckst du denn rum? Nein, ich weiss aber nicht. Ah, Schiette-Gacke. Na, so ist es nicht. Ah, nein, das mag ich nicht, das ist nicht gut. Nein. Weg. So, was brauche ich jetzt noch dafür? Arschen? Äh, Redstone-Glas. Verdammt, ich brauche Redstone. Ich muss nochmal in die Hölle. Ach so, nether. So verwöhnt sind wir schon. Ja, so verwöhnt sind wir schon. War doof. Dann lade ich doch meinen Jetpack vorher nochmal auf. Nicht, dass mir etwas Böses zustößt. Läuft. Meine Minie und Pink-Age habe ich da dabei? Minie, Minie. Minie, Minie, Minie. Minie, Minie, Minie. Doch, läuft runter alles da. Zack, zack. Oh, oder nee, ich habe eine andere Verplanung. Ich mache vorher ein... Äh, Golden Bag of... Ah. Bag? Da ist er doch. Magic Wood. Wo gibt's das her? Viel Spaß beim Herstellen. Danke. Das war Sarkasmus. Okay. Ich brauche Bücher, Holz... ...und Gold. Okay. Ist doch machbar. War doch komplizierter. So, jetzt mal vielleicht erst mal nachgucken, wovon man hier den anderen auslacht, hä? Du Popelkopf. Magic Wood. Was? Oder war das was anderes? Wie hieß das? Schein. Und das da finde ich jetzt nicht so schwer. Ich suche jetzt nur Wood. Da gibt's aber viel. Den Seiten. Wie hieß das Magic Wood? Ja. Oder... Wie viel brauche ich denn jetzt da? Ich hab' ich nicht. Brauche vier Bücher dafür. Magic wird doch so geschrieben. Das ist ne, acht Bücher. Acht Bücher. Magical Wood heißt das, sorry. Ah, daraus kann man auch Bücher machen. Plank Pattern. Das wär' super. Zauberte Bücher brauchst du. Ja, aber dafür brauchst du ja erst mal Bücher. Dafür dann einen Verzauberungstisch. Na gut, der ist auch nicht so... Ne, brauchst nicht. Da ist noch mehr Papier. Juhu. Okay, ich kann die Klassik nicht mehr hören. Scheiße auf Strauss. Hat ja lange gedauert. Oh, was willst du mich verarschen mit deiner Random Playlist? Eine kleine Nachtmusik. Lass ich da rausnehmen. Das gibt's nicht. Oh, das gibt's nicht. Ne. Ah, neu. Das mag ich nicht. Hast du auf Random geschaltet. Warum machst du denn nicht Random? Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ja, das sind natürlich die längsten Lieder. Das sind die ganzen Klassikstücke. Die auch nicht hören. Ja, das kann ich mir antwerpen. Danke, VLC. Ey, ey, ey. Sei mal nicht so pissig. Oh, der Kind hat ja auch noch Papier in seiner Truhe. Ich hol mir das mal, ne? Er ist ein Tank ranhauen. Okay, schweigen heißt ja. Hau rein. So, und Strings brauch ich noch. Oh, geil. Strings werden angezogen. Zack. Ja, da kann ich, könnte ich. Aber da müsste ich dann. Gut, dann brauch ich den herab. Doch, ein. Fünf Bücher, verdammt. Da fehlt aber noch was. Woran hängt's? Ja, da kann ich Sludge rausnehmen. Sludge jetzt da reinpacken. Dann noch mehr Sludge draufpacken. Ja, so kann ich Sludge zerstören. Oh, Mann. Nein. Er arbeitet daran, Sludge zu schütteln. Ja, ich kann den genau wie Wasser übereinander packen. Sludge zu schütteln. Jetzt haben wir hier eine Sludge-Grube. Ups. Fühlt sich aber sofort nach, ey. Ja, Sludge ist hartnig. Ich brauche Papier. Doch, vier Eimer hier. Da kann ich doch ein bisschen mit arbeiten. So, und weg mit dem Sludge. Batschi, Batschi. Dü, 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 dü. So. So, so, so. So, 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 so. Was machst denn du? Aber ich würde es schon cool finden, wenn der Sludge-Boiler auch was produzieren würde. Und da ist der Rechner wieder am Abgehen. Oh, oh, oh. Wie lange das einfach dauert, bis diese Sugar Canes hier gewachsen sind. Wir brauchen mal mehr Sugar Canes. Wo bist du? Ich gebe dir meine Gießkanne. Ja, die habe ich gerade hier benutzt, aber das dauert ziemlich lange. Ja, Sugar Canes dauern halt. Aber wir könnten doch irgendwo noch Sugar Canes anpflanzen. Das müsste doch nicht so kompliziert sein. Komisch. Geht er wieder nicht. Sugar Canes. Sugar Canes. So pflanzen wir Sugar Canes an. Auf der Farm? Da haben wir Sugar Canes. Ja. Und der Kins hier sagt einfach mal nichts. Nö. Ist schon so lange her. Okay, ich habe genug Sugar Canes. Ja, das denke ich. Ich muss den Harvest auch mal abhauen. Abhauen. Oh, hau, er hat. Geht einfach. Weil er jetzt ne, verstopft sein kann. Hey, der Harvest hat Verstopfung. Na, gute Folgen haben. Bitte? Ich weiß nicht. So, L Papiros. Zack. Ja, 54 Papier sollten dann reichen. Golden. Zack. Da, und da, und da, und da, und da, und da. Eins, zwei, drei. Das reift. Puh. Äh, Smaragde sind da. Es fehlt hier auch nur die Arbeits, die Arbeitszeit. So, hier. Nee, ähm, du weißt doch, ähm, in den Maschinen ist immer so ein, so ein, so ein, so ein Balken, der zeigt, dass er arbeitet. Oh, Mann. Aber der, da passiert nichts. Ich glaub, hast du grad im Chat gelesen? Ich glaub, die haben dem jetzt wirklich ein, ein Haus gebaut. Und einen Namen gegeben. Das ist doch cool. Ich find's witzig. Oh, ich brauch noch sechs Bücher, verdammt. Was, sechs Bücher brauchst du? Ja, sechs Bücher. Hast du noch welche? Äh, nein. Das heißt, ich brauch aber noch ein paar von denen. Oh, ich kann den Haus aber halt nicht mehr sehen. Der geht mehr auf. Wie heißt der denn? Ähm. Brauchst du noch Rubber? Nico, Klaus. Ähm, ja, später. Also nicht jetzt, aber später. Dann helfe ich dir bei deinem Vorhaben. Also ich bin eigentlich jetzt gleich soweit hier. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ah, vögel doch die Henne. Was, was fehlt mir? Wovon hab ich zu wenig? Plank Pattern. Ist klar. Oh, es geht mir die Hühner da im Hintergrund auf die Nüsse. Nüsschen, meine Nüsschen. So. Bam. Sechs Bücher. Wollte ich denn? Kinchileini. Ach, der Planter geht mir auch in den Sank. Das bräuchte ich noch Gold. Was ist wie? Sia. Oh, ja. Oh, ja, hier ist der Planter. Ja, ich glaub schon. Ja, der andere blöden Handel hier. Der habe es da. Auf den Nerven. Du musst übrigens auch gleich die Abmotsche machen, denn wir sind schon bei 22 Minuten. Man könnte sagen, it git's tight, it git's tight. Ist auch noch runtergefallen. Hast du mich vernommen und mein Schätzelein. Äh, ja, ja, jetzt ist der ein Baum gewachsen und ich kann nicht mehr alles. Deine Scheiße. Ähm, ja, dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen beim Nichtstun. Jedenfalls bei mir. Wenn ihr beim Notoka zugesehen habt, habt ihr bestimmt wieder aber irgendwas Produktives gemacht. Äh, ja. Magic, Magic, Magic. Ich komm hier einfach nicht voran. Ich komm hier nicht voran mit meinem Harvester. So, vielleicht schaffe ich es nächstes Mal. Vielleicht kann ich, äh, den Fehler finden. Ich weiß es nicht. Ich baue jetzt nächstes Mal erstmal die ganzen Bäume ab und dann schauen wir mal weiter. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Und morgen wieder einschalten, wenn es heißt Sky Solated mit dem Kinsey und dem Notoka aufs Brot. Das war es. Tschüss. 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 Vielen Dank.